Hallo Leute, ich bin Lukutas und heute mit dem Thema kostenlose GEMA-freie Musik im Web. Ja, wie ihr sicher wisst, dürft ihr ja in euren Videos, die ihr auch auf YouTube stellt, keine Musik, keinen normalen Chart-Lieder benutzen, da euer Video sonst Gefahr läuft, gesperrt zu werden. Ja, daran schuld ist unser lieber Freund hier, die GEMA. Beschwerden könnt ihr gerne hier einreichen unter www.gema.de. Ja, nichtsdestotrotz, man kann nichts daran ändern, dass die GEMA voller beschwerter Idioten ist. Ja, nichtsdestotrotz.